Ab dem 1. April 2014 ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in Treusdorf. Das im Jahr 1971 erbaute Haus verfügt über sieben Etagen. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 77 m². Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 490 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.